Was geht, YouTube? Ich hab mir jetzt die originale Version gekauft. Ich wurde nämlich gerade verarscht und hab vorhin auswärts in die falsche Version gekauft. Und, Digga, das Spiel geht hier einfach sofort los. Language English? Ja, safe. Besser ist es. Puh, der hat fucking Haarausfall, der Typ. Okay, muss ich mir das jetzt merken? So, Jungs, ich lass mich mal jetzt nicht spoilern von euch. Wir gehen hier jetzt einfach mal... Pass auf jetzt, ja. Okay. Null. Numbu Park. Muss ich mir auch so Wörter merken und so? Jetzt sind wir wieder da. Und jetzt läuft er an mir vorbei. Von rechts. No Smoking. Ja, safe, Digga. Safe, 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 safe. Ich kann den ja einfach so wegschubsen. Habe ich damit jetzt was in der Timeline verändert? Security Camera in Operation. Ja, was muss ich denn... Wenn was falsch creepy ist, musst du zurücklaufen. Ey, bis jetzt fällt mir nichts auf, Digga. Ich bin ehrlich. Hier sind auch wieder... Ich habe das Gefühl... Wobei, dieses Bild habe ich mir gemerkt, aber die anderen nicht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Bilder. Ich bin ehrlich. Ich bin bis jetzt voll cool damit. So. Gucke sehr genau. Oh, ja. Digga, gar kein böses Blut so. Oh, ja, aber ich soll ja zurückgehen dann. Oh, Servus. Okay, jetzt ist der Vollonkel hier an seinem Handy. Merke ich mir jetzt ganze Zeit alles. Nur wenn es gleich ist, weiterlaufen. Wenn es anders ist, umdrehen. Ich bin jetzt wieder nur zurück, wenn es falsch ist. Also, muss ich mir jetzt den allerersten Raum richtig genau merken? Okay, ich merke mir jetzt den richtigen Raum. Direkt fängt an. Okay, es fängt an hier mit No Smoking. Aber ich muss mir nicht so merken, welche genau, welche sechs Bilder das hier sind, oder? Sondern nur, okay, es sind sechs Bilder. Oder muss ich mir jetzt von jedem Bild hier den Text merken? Doch, doch. Oh, okay, das ist geisteskrank. Egal, Jungs, ich habe ein fotografisches Gedächtnis. No Smoking. Guck mal, Rot, Blau, Gelb, Weiß. Und den Rest merke ich mir nicht, weil die beiden merke ich mir automatisch. Da brauche ich mir keine Mühe geben, weil irgendwie die Bilder sind so ausschlaggebend. Ich merke mir das automatisch. RBG, guck mal, nicht RGB. RBG, Weiß. So merke ich mir das. Okay, Bilder gemerkt. Oben ist ein Schild. Okay. Uh, okay. Eins, zwei, drei, vier. Gelb. Eins, zwei. Okay, das ist so viel. Da kann man sich halt nichts merken, ne? Hier eine Tür. Okay, drei Türen. Okay, wir fangen erst mal simpel an. Man muss ja nicht übertreiben. So, und so das hier. Okay, okay, voll cool. Gar kein böses Blut. Gar kein böses Blut. Jungs, erst mal nicht übertreiben. Okay, hier geht's lang. Hmm, okay, auch drei Türen. Ich habe das Gefühl, hier fehlt was. R, B, G, Weiß. Die beiden habe ich mir gemerkt. Das ist da, das ist da. Ey, voll cool. Gar kein böses Blut bisher. Uh. Hm. Oh, okay. Ich dachte, das Schild wäre Dingens. Ich dachte, das Schild gerade wäre... Er hätte gefehlt. Exit 8. Das ist hinten weiß. Okay, gut zu wissen. Ja, erst mal cool. Gar kein böses Blut. Aber warum ist das hier? War das vorhin auch da vorne oder war das... Hm, hm, hm. Okay, gar ein böses Blut. Da ist es auch. 1, 2, 3, 4... Uh, oder warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Security Camera in Operation. Bruder, bist du jetzt voll cool, so sag ich. Keep left. Das habe ich noch nie gesehen, glaube ich. Okay, jetzt erst mal der Guy. 2, ja, okay. R, B, G, Weiß. Okay, die Bilder sind erst mal schon mal alle Proof. Uh, okay, das Schild ist auch noch da. Ja, der Magga. Uh, okay, du hast einen Ackenkoffer und ein Handy in der Hand. Bin ich doch voll cool mit, weißt du, wie ich meine? So, das ist doch an der Stelle gar kein böses Blut. So, gar kein böses Blut. Wirklich, 0%. Okay, die Lichter, also das kann meinen Arsch lenken. Ich kann mir doch nicht jedes Licht hier merken. Die Security-Camera ist immer so ein schräg oben links Macher. Musst du auch Geräusche hören? Ich mach das Spiel mal lauter. Okay, wir sind erstmal ganz entspannt. Okay, er wieder. No Smoking. Oh, eine Tür fehlt. Eine Tür fehlt. Ja, wollte mich verarschen. Wollte mich verarschen. Der Jüngste könnte mich nicht verarschen. Warte auf mit so einem Scheiß. Wie weit soll ich denn zurücklaufen eigentlich? Oh. Hä? Jetzt hat sich die Richtung geändert. Okay, cool. Drei Türen. No Smoking. R. B. G. Weiß. Ah, ja, wollte mich verarschen. Hier ist das Gelbe. Okay, zwei Lüftungsscheche. Oben links. Ah, gut. Okay, alles ganz cool, Jungs. Hier dieses Teil. Ja, links, rechts. Hat doch kein Problem erstmal. So, weiter geht's im Let's Play. Uh, hört ihr diesen Lichtschalter? Was heißt dieser Lichtschalter? Das Licht. Immer wenn du richtig bist, dann steht auf dem Gelben steht, die nächste Zahl. Zwei, let's go. Oder wir ficken das Spiel gerade richtig auseinander. Chat, einmal kurz die Fresse halten. Chat, die Fresse halten kurz. Uh, der Lüftungsschacht. Da ist vorher nicht so ein Magmaschleim runtergeschleimt. Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Decker, der kann mich nicht verarschen. Oh, drei. Let's go. Wir ficken das Spiel. In fünf Minuten habe ich das Drecksgame durch. Hier zwei Lüftungsschecher mit einem oben rechts harten. Ja, hier. Safe. Safe. F-R-B-G-Weiß. G-Beam. Bruder. G-B-I-Kali. Oh, okay. Handy hast du in der Hand. Ja, Haarausfall ist auf jeden Fall noch. Okay. Hier oben rechts von der Tür. Hm. Die Frage ist, war der gerade auch schon da? Würdest du mich verarschen? Okay. Schild ist auch noch da. Mhm. Mhm. Ja. Security-Camera. Oh, ist alles cool. Kein böses Blut. Ich sage kein böses Blut. Jetzt vielleicht nochmal den Boden checken. Hm. War das die ganze Zeit schon auf dem linken Kackstreifen? Egal. Wir geben ihm einfach mal. Vier. Ey, Bruder. Das ist doch kein Thema so. Weißt du, wie ich meine? Das ist ja dann... Okay. Snow Smoking. RBG. Ey, RBG ist einfach OP, dieses Strat. Oben links. Okay, er hat seinen Koffer in der rechten Hand. Handy in der linken. Sein Arsch ist knackig wie eh und je. Das war gerade auch schon so. Das war rechts von der Tür. Mhm. Hm. Ey, Dicker. Bruder, das ist... Das shit ist too easy. Weißt du, wie ich meine? Und jetzt steht da eine 5. Hey. Bruder, das ist too easy for me, Bruder. Das ist too easy. Okay. No smoking allowed. Oben rechts von der Tür. No smoking. Oh, die Zigarette ist grün, Jungs. Willst du mich verraschen? Das war gerade, glaube ich, nicht. Warte, wir können das aber easy checken. Warte. RBG, wer weiß? RBG weiß. Ja, hier oben links von der Dings. Ja, ja, check ich, check ich. Warte mal, ist die Smoke? Die Zigarette, da ist auch blau. Also, die Augen hier verfolgen mich. Aber das, also, das ist doch... Ja, oh, die bewegen sich. Aber die bewegen... Okay, das hätte ich aber, glaube ich... Ich habe es im Chat gerade gelesen, Digga. Okay, wurde ich jetzt einmal gespoilert? Ich gucke nie wieder in den Chat. Okay. Naja! Okay, jetzt habe ich auch mein Karma gekriegt. Ist doch gut. Ich hätte rückwärts laufen müssen, ist ja klar. Aber egal, war eh vom Chat gespoilert. Ich hätte es nicht gecheckt. Wir fangen von neuem. Ist doch kein Thema. Ist doch kein Thema. Brody, ist doch kein Thema. Okay, acht. No smoking. Okay, grüne Zigarette. RG, RBG. Ja, weiß. Mhm, mhm. Ja, das. Oben rechts von der Tür. Hier ist eine Lücke. Hier sind die Augen. Linke Hand Koffer. Blau, blub, blub. Ist doch kein Thema. Hemd. Blau. Okay, ja. Cool, cool, cool. Hier oben links ist die Cam. Äh, komm. Erste Level haben wir geschafft. Erste Level haben wir geschafft. Easy. Komm. Gib ihm. Komm. Level 1. Komm. Jungs. Jetzt geht's weiter hier im Let's Play, finde ich. Jetzt genau aufpassen hier. Obacht machen. Blau, grüne Zigarette. R, B, G, weiß. Ja, ja, ja. Okay, das, das ist da. Das ist da. Check ich alles. Fühle ich alles. Okay, linke Hand, rechte Hand, safeness, bros. Safeness. Okay, da kann ich mir halt nicht so viel merken. Das ist alles safe, Jungs. Zwei. Ja, mach dein Content woanders. Mach dein Scheiß-Content woanders. Smoken. Okay. R, B, G, weiß. Ja. Linke Hand, den Kofner. Okay, hier stand auch eine 8. Exit 8. Ja, mit dem Pfeil. Ja, Bruder, da bin ich voll cool mit. Bisher. Was? Was? Was war da denn falsch, Jungs? Tür. Türklink in der Mitte. Ich hab's nicht gesehen. Okay, fuck. Ey, das Spiel quetscht klar ein bisschen. Okay, ab jetzt mit Ansage. Ich werd nicht einen einzigen Fehler mehr machen, okay? RBG. Ja, weiß. Ja, Augen. Links. Ja, uh, okay. Seit wann ist so ein kleiner gekringelter Schlingel auf dem Boden? Das wär mir neu. Wir gehen einmal zurück. Gut. Eins. Okay. Und das... Oh. Wir gehen direkt nochmal zurück. Hey, guys. Look. Gut. Zwei. Ja, manchmal ist das ja sau einfach. Okay. So. No smoking. Voll cool. RBG. Weiß. Mhm. Tür. Okay, irgendwie kommt der Typ mir voll groß vor. Der Typ ist voll groß. Oder? Ist das ein Fehler? Ja, ja, das ist ein Fehler. Das kann nicht sein. Ja, 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 ja. Hab ich mir schon gedacht. Okay, der wär auf einmal so... Giganto. Machia. Okay, no smoking. Um rechts, Mitte. RBG. Okay, irgendwie bringt mir das gar nichts. Ich hab mir das bis jetzt immer gemerkt. Das hat gar keinen Unterschied gemacht. Okay, Türklinke. Linkerhand den Kofner. Cool, 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 cool. Okay, vielleicht mal auf die anderen Bilder achten oder so. Ob sich da was tut. Aber ich bin ehrlich. Bis jetzt überhaupt gar kein böses Blut. Für mich ist das hier voll normal. Okay, wir gehen mal weiter. Vier. Oder redet nicht so groß. Redet nicht so groß, Jungs. Redet nicht so groß. Habt ihr mich verstanden? Acht. Gib ihm. Komm. RBG weiß. Gib ihm. Komm. Direkt weiter. Hier. Alles proof, Bruder. Alles proof. Acht. Exit. Gut, 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 gut. So, er läuft rechts an mir vorbei. Zieht an mir vorbei. Ja, cool. Knackiger Arsch. Ja, safe. Safe. Hier steht Text. Text, Text. Text to speech in Twitch. So. Okay, hier oben links sind die Cam. Ist jetzt alles cool so. Wirklich. Also vom Blut her überhaupt nicht böse so. Ich würde jetzt sagen, dass man weiter geht. Das leuchtet. Voll cool. Guck mal nochmal auf den Boden. Ob da vielleicht irgendwie irgendwo Schmier-Oil auf dem Boden liegt. No smoking shit. Ihr schreibt die ganze Zeit irgendeine Scheiße. Was labert ihr mal? Fünf. Ich hatte recht. War nichts. Voll Idioten. So, weiter geht's. Weiter geht's hier im Let's Play. No smoking. Okay. Das. Das passt. R, B, G. Weiß. Gut, gut, gut. Okay. Hier ist so ein Text. To speech. Safeness. Safeness. Hier oben links ist das. Okay. Linker an Koffer. Hier ist so ein Text. Hier ist so ein Text. Hier ist so eine Türklinke. Hier ist eine Türklinke. Hier ist eine Türklinke. Die Fliesen passen auch alle mehr oder weniger. Hier ist eine 8. Safe, safe, safe. Hey, Jungs. Ich bin ehrlich. Ich glaub, der Scheiß ist fucking safe, Digga. Das ist null Böses gemeint, aber... Was? Blaues Bild? Nein. Wie ist mir das nicht aufgefallen? Ich hab doch RBG, Mann. Ich hatte doch RBG, Jungs. Zu lange gebraucht. Die Frau auf Poster. Was war denn mit der alten? Yeah, guys. Look. RBG. Weiß. Was labert hier? Hier war alles blaues Bild. Der Kopf war komisch. Oh. Alter, no way. Ich wusste nicht, dass das so krass ist. Ich wusste nicht, dass sowas zählt. Okay. With a smile. Okay, Jungs. Das wird echt crazy jetzt. Okay, haben wir uns gemerkt? Der Typ hatte was in der Hand. Ja, Bruder. Der hatte was in der Hand, weil er dir das in den Arsch stecken wollte noch. So. Acht. Okay, no smoking. Wir merken uns. Ja, with a smile. Acht. Okay. Ah, jetzt sehe ich sich wieder normal. BLC-Store. Ja, Mann. Aber egal. Das ist Proof, Jungs. Das ist Proof. Hier ist ja gar nichts. Hier ist Proof of Construct. Wisst ihr, wie ich meine? Okay, perfekt. Schon wieder verkackt. Egal. Wir machen jetzt. So, der Typ läuft. No smoking. Läuft. 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 Ja, Jungs. Hier ist eigentlich alles voll cool. Weißt du? Ich bin ja auch mit den Leuten voll korrekt und so. Okay, diesmal glaube ich, dass da wirklich nichts ist. Eins. Gib ihm. Komm. Komm, Jungs. Komm. No smoking. 8. Oh, 8 open. Hat das immer so 8 open? Ich glaube, das hatte vorhin was anderes. Oh, schon wieder die Frau. Guck mal, das Gesicht. Das ist schon wieder so. Wollen wir mich verarschen? Ja, aber wie schlecht. RBG. Dogsalon. Zoe. So, das passt hier auch alles. Mit Türklinke und so. Linke Hand. Ja, passt. Ey, Jungs. Ich bin ehrlich, ich bin bis jetzt voll cool. Oh, aber die Kamera? Die hat mich vorhin nicht so verfolgt. Bin ich ehrlich. Kamera ist an, ja. Du musst beim roten Bild auf die Striche achten. Okay. Cool. No smoking. Ja, Mann. RB. G. Okay. Cooler Typ, so. Ja, Make-up Art. Ja, bisher gar kein böses Blut. Wirklich. Kann ich mich nicht beklagen, Jungs. 4. Let's go. Wie viel Level gibt's, Jungs? Wie viel Level gibt's? Wie viel Level gibt's? 8. 8. Nein, nur 8. Ey, dann hab ich's doch easy geschafft gleich. No smoking. R. B. G. Weiß, dass das passt. Mehr oder weniger. Das passt. Die Augen sind auch ganz cool. Wie ist das? Das passt alles dicker. Ich bin ehrlich, ich würd jetzt eigentlich weitergehen. Aber hier steht concourse. Das ist normal. Hier steht 8 exit. Der Mugga ist auch schon an mir vorbeigegangen. Ähm. Broski. Ich bin eigentlich damit voll zufrieden, so an sich, Brody. Ich glaub, ich hab das Gefühl, ihre Augen verfolgen mich auch. Aber das ist scheinbar normal. Scheinball. Feiert ihr Scheinball, das Wort? Das Licht leuchtet auch, wie immer. Nein, was war denn falsch? Striche. Oh mein Gott, hab ich nicht auf den Boden geguckt. Jungs, was war falsch? Die Striche. Der Mann. Concourse. Die Striche beim ersten Bild. Ey, haltet die Fresse. Wie soll ich mir das denn merken? Also, was soll da denn für Striche sein? Rote Schild, die Striche. Hä? Warum geht's hier hoch? Ach so, ja. Ich sollte dann wahrscheinlich nicht hoch, ne? Gehen wir mal eins zurück. Ja, okay. Das ist Stufe 1. Okay, Stufe 1. Digga, das ist eigentlich so easy machbar, Jungs. Ich bin ehrlich. R. B. G. Weiß. Frau mit braunen Augen, oben grün. Siehst du das? Ist der Typ irgendwie... Oh, er hat kein Handy in der Hand. Ah, doch. Okay, hier ist auch alles passend. So an sich. Und was nicht passend ist, wird passend gemacht. Ich würde mal einfach hier den Boden nochmal abchecken. Und ansonsten würde ich meinen Türkenarsch halt weiter in den nächsten Raum befördern. Den türkischen Arsch, den ich halt habe. Und okay, 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 okay. Das war falsch, okay. Klinke in der Mitte. Nein! Als wenn ich diesen Schwanz nicht gesehen habe. Diese Schwanzklinke hier. Ey, das ist geil. Das ist geil. Das ist geil. Okay, cool, cool, cool. Ey, Digga, das Spiel ist voll lucky. Okay, okay, Jungs. Diesmal gehen wir mit hundertprozentigem Bedacht. Diesmal kein einziger Fehler mehr. Habt ihr mich verstanden? R. B. G. Weiß. Frau mit braunen Augen. Dies, das. Ananas. Türklinken. Alles safe. Hier so. Ja, exit. Der Typ hat links. Ja, check, 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 check. Ja, Digga, weiter geht es im Let's Play. Ja, Level 1. Cool, 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 cooler Slip auf dem Kopf. Safe. Safe. So, no smoking. R. B. Passt hier auch alles, ja. Ähm, Türknauf passt auch. Ich bin ehrlich, Digga. Hier kommt mir das auch sofort, als würde das passen. Hätte ich jetzt gesagt. Voll cool, voll cool, voll cool, cool. Muss ich jetzt zurücklaufen, wenn das so ist? Jungs? Also, das ist ja anders jetzt. Oder was ist das jetzt? Oh, okay. Alter, was ist das für ein Dreckspiel? Hä? Also, wo muss ich jetzt hin? Muss ich jetzt hier bei der 2 hin? Ja, ne? Hä? Jetzt ist hier eine 0. Frech. Weil ich zurückgegangen bin. Ich vollidiot. Digga, das kann doch kein Mensch wissen. Das ist so schlecht. Okay. R. B. G. Ja, okay. Ich habe mich voll erschrocken, Digga. Ich bin voll schlicht gelaunt. Konkurs, hier, 8 Mile, hier, ja. Walk my wide ass back to 8 Mile. Ja, Mann, ja, Mann, ja, Mann, ja, natürlich. Lachkick. Okay, da war was falsch. Egal, ich gucke nicht mal, was falsch war. Egal, wir gehen jetzt erstmal direkt einmal durch, bis wir mindestens bei 1 sind. Das macht ja gar keinen Sinn. Das erste Level braucht man ja gar nicht erkennen. 1, gib ihm. Okay, ab jetzt kann man gucken. No smoking. R. B. G. Weiß. Kamera ist aus. Linke Hand, rechte Hand. Die ist das. Alle Türknäufe sind perfekt aligned. Hier ist das Licht. Hier ist dies. Hier ist das, Bro. Er hat immer noch Haarausfall. Stell dir vor, es gibt so ein Dingens, wo der Fehler ist, dass der so kein Haarausfall hat. Checkt ihr? Okay, ich bin ehrlich, Jungs. Kein böses Blut. Egal, was du jetzt schreibst, ich geh jetzt weiter. Da war was, du Depp. Da hinten am Schild. Kann sich nicht verändern. Guck mal, ich werde jetzt eh weitergehen. Da ist ein Rechteck anstatt Viereck an der Wand. Hat die Fresse Mathis? Ich geh jetzt weiter, also ist mir egal, was er sagt. Mathis muss kurz die Fresse halten. Oh, okay, das war richtig. Oh ja, ihr seid kleine Spacken. Jeder, der das gerade geschrieben hat, dass da was falsch war. Okay. Exit. Smile. Ja, with a smile. A dental clinic. Ja, ja, ja. Hier ist alles normal. Und auch nicht irgendwie zwei verschiedene Schuhe oder so einen Scheiß an. Hey, das ist schon wieder viel zu cool gerade. Von Kurs. Oh, turn back, turn back, turn back. Bruder, nicht mit mir. Nicht mit mir. So nicht. So nicht. So, verpiss mich mal kurz, Spacken. So, weiter geht's im Let's Play für mich. Okay, wir haben die Hälfte durchgespielt, Jungs. So. No smoking. R. B. G. Okay. Ey, das ist eigentlich cool so. Weißt du, wie ich meine? Uh, aber die Augen verfolgen mich. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. So nicht. So nicht. Einmal aus dem Weg, der. Level 4, Baby. Gib ihm. Und jetzt spiele ich das Spiel kurz durch. Machen wir kurz ein Ende vor das Video. Abonniert und liked, Jungs, falls euch das Video gefallen hat. Jetzt nur noch schnell die vier Level einmal kurz durchrushen. Dann, wie gesagt, könnt ihr ein Abon und ein Like da lassen. Ja, hier passt alles. Ist doch super. Exit, ach, cool. Ja, lass mich mal kurz gucken. Der Herr passt alles. Schöner hinter. Ja, cool. Ja, Mann, ja, Mann, ja, Mann, ja, Mann. Fühle ich, fühle ich, fühle ich. Ja, 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 ja. Okay, Kameras auch nicht an, Dicker. Kein bloßes Blut hier, das leuchtet, Dicker. Jetzt ist es halt Level 4. Ich will es halt nicht wieder verscheißern. Und deswegen gebe ich mir halt jetzt nochmal extra Mühe. Und jetzt, uh, sehe ich da eine Anomalie? Hier ist so ein kleines Gesicht, Jungs. Wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr mich verarschen? Nein, mich verarscht ihr nicht. Mich verarscht ihr nicht. Einmal hier ab. Ey, aber das war, bin ich ehrlich, das war echt schwer zu sehen. Das war echt hart zu sehen. Und ich schlafe alles. Ich hatte es nicht aus dem Chat. No Smoking. Hier passt auch alles. Hm, hm, hm. RBG, Weiß. Frau mit braunen Augen. Bei ihm ist auch alles normal. Handy, die Stars. Yo, 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 Ski. Und dann finde ich, dass man so einen kleinen Vorschlag macht, dass man sagt, okay, wir kommen uns jetzt einfach mal ein bisschen entgegen. Okay, wir lassen einfach mal das Kriegsball begraben. Ähm, safe. Safe, 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 safe. Andere Schuhe, ja, da ist der Typ gekommen. Ja, natürlich ist der Typ gekommen. Und ich bin beim nächsten Level, baby. Nur noch zwei Level, baby. Wollt ihr mich verarschen? No Smoking. R, B, G. Was? R, B, G. Boden ist Proof. Türknopf. Cooler Typ. Oh, was ist das denn jetzt hier? Oh. Willst du mich verarschen? Okay. No Smoking. Wir haben weniger Zeit irgendwie, habe ich das Gefühl. R, B, G. Türknopf. Lüftungsschacht. Typ Handy. Links. Rechts. Ja, passt, dicker, passt. Konkurs. Auge. Augen. Mach kein Auge, Bruder. Hier, so, dies, das. Bro, gar kein böses Blut, Digi. Gar kein böses Blut. Bro, ich bin... Bin da eigentlich voll cool gerade mit. Also, findet ihr nicht auch, dass ich gerade voll cool bin damit? Safe, 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 safe. Das kann nicht sein. Safe, 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 safe. Acht Level, äh! Cool, 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 durchgespielt, durchgespielt. Oh, da hinten steht irgendwas. Irgendein Geist. Ich gehe jetzt weg, glaube ich, weil da so ein Geist steht. Geil. Hä? Schon wieder acht, Jungs. Aber... Wieso... Wieso schon wieder acht, Jungs? Oh, der ist schon wieder voll schnell. Weg, 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 weg. schon wieder 8, das ist doch Lachkick warum ist das gerade so R B G, hier passt auch alles der Exit 8, Concors Concordia, braunes Auge passt, passt, Digga ich bin ehrlich hier ist wieder alles cool, denke ich mir dann andererseits so Matthias, Matthias Clemens soll ich jetzt hier hoch Jungs, oder ist das verarsche ich gehe da mal jetzt hoch ey, gar kein böses Blut das Spiel war voll einfach, oder ist das vorbei, Lachkick, das war das Spiel ey Jungs, ich feiere solche Games Lachkick, äh, bewerten und kommentieren nicht vergessen abonniert den Kanal, voll fair durchgezockt voll schnell, easy XP, easy clap